Warnung, das folgende Video ist nicht zur Nachahmung geeignet und dient nur zur Unterhaltung. Hallo ihr Typen, die mir zugucken. Heute mache ich ein Herbtutorial, weil meine Haare so schön sind und meine Haare sind sehr gepflegt, weil ich mich halt jedes Jahr... Dann machen wir eine Dusche und dann fangen wir jetzt auch schon mal mein Herz-Tutorial an. Nächstes Mal reißen wir ganz schick Kreppband ab. Dann kleben wir erstmal an den Tisch, dass sich das nicht rollt. So jetzt habe ich das hier angeklebt. Dann nimmt man seine Haare so schön nach unten. Nimmt die hier vorne so. So circa. Dann ein bisschen hoch. So. Dann nimmt man sich das Kreppband und macht das hier unten dran. Und wickelt sich das dann um die Haare. Und dann mal eine tolle Frisur, die man sieht. So. So. Aber ich finde die fresh. Ich weiß ja nicht wie ihr sie findet, aber ich finde sie ganz trash. Das war es dann auch schon mit meinem Hair-Tutorial. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. So. 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 So.